Ich freue mich, hier heute Morgen zu sein bei John in seinem Kerrygold Bauernhof. Er ist etwas ganz, ganz Besonderes. Was Besonderes an diesem Hof ist, zeigte John mir jetzt. Sehr willkommen, Shane, zu der Osterlund-Familie-Farm. Und wir zeigen euch hier. Vielen Dank, John. Wir sehen uns. Das Gold vom Irland ist tatsächlich die Weide. Und John erklärt mir gerade eben, wie wichtig das Gras ist und natürlich auch das Klee. Und Irland ist bekannt ohne Ende fürs Klee. Und diese Weide schauen richtig, richtig top aus. Da hat 35 Stück davon. Die Weide werden gewechselt zweimal pro Tag. Man kann darunter vorstellen, ein Frühstück und ein Abendessen. Und wenn die Sonne drauf auf die Weide scheint, ist ganz, ganz wichtig für das Protein in dem Gras. So, das Abendessen ist fertig. Ich stehe jetzt hier drin und man sieht schon, es ist reich ohne Ende. Das Gras ist gewachsen. Das hat drei Wochen gedauert. Man sieht hier richtig schön, wie dick das ist. Das ist richtig, richtig krass vom Feinsten. Und das wird heute Abend eine riesen Mahlzeit geben.